Ich spiele die Klarinette, weil man immer sehr viel Neues dazu lernt. Ich gehe auch sehr gerne in die Stunde mit meinem Lehrer Marco, weil wir haben es immer sehr lustig zusammen. Und auf das Instrument, also auf die Klarinette bin ich gekommen, weil ich einmal bei so einem Event der Musikschule schauen durfte. Und dann habe ich ganz viele Instrumente austesten und die Klarinette hat mir am besten gefallen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 An Dezembertagen kann es sein, dass es abends freundlich klopft, dass Besuch kommt unverhofft, dass dir jemand Himmels-Torte backt und die dicksten Nüsse knackt, dass er dir ein Lied mitbringt und von seinen Träumen singt. An Dezembertagen kann es sein, dass Menschen plötzlich Flügel tragen und nach Herzenswünschen fragen. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Dezember müsste es immer sein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein. Vielen Dank.